Kurt Adam Geboren am 8. Juli 1897 in Stuttgart. Gestorben 24. Januar 1973 in München. Am 4. August 1914 trat Kurt Adam als Kriegsfreiwilliger in die Württembergische Armee ein. Er belegte den ersten Platz. Württembergisches Artillerieregiment König Karl Nummer 13. Aus Krankheitsgründen am 24. September 1914 entlassen. Am 1. August 1915 meldete er sich erneut als Kadett und kehrte am 1. zurück. Württembergisches Artillerieregiment König Karl Nummer 13. Am 29. April 1916 gelangte er als Teil der 4. Batterie seines Regiments an die Front. Um 13 Uhr im Mai 1917 wurde er zum Leutnant befördert. Sein Patent wurde später auf den 1. August 1919 datiert, in der Reichswehr jedoch auf den 1. Juli 1916 korrigiert. Die restliche Zeit vom 1. während des 2. Weltkriegs diente er in seinem Regiment. Im 1. Weltkrieg wurde er sowohl mit dem Eisernen Kreuz als auch mit anderen Orden ausgezeichnet. Nach dem Krieg wurde er in die Kaiserliche Armee aufgenommen. Während der Übergangsarmee im Frühjahr 1920 gehörte er zum 13. Reichswehrartillerieregiment. Artillerieregiment Im Frühjahr 1924 war er Teil der 6. Bad Batterie des 5. Artillerieregiments in Ulm. Im Herbst 1924 wurde er zum 2-Adjutanten ernannt. Schlecht Ein nach Ulm abkommandierter Zug des 5. Artillerieregiments. Ende Juli 1925 wurde er zum Leutnant befördert. Seine Amtszeit wurde auf den 1. April 1925 festgelegt. 1928 und 2029 wurde er zur 5. schlechten Batterie des 5. Artillerieregiments nach Ulm versetzt. Am 1. Oktober 1929 wurde er für zwei Jahre mit der Ausbildung zum stellvertretenden Stabsdirektor der 5. Division betraut. Die Reichswehr-Division wurde nach Stuttgart verlegt. Am 1. Oktober 1931 erfolgte seine Versetzung zum 8. Bataillon des Artillerieregiments 4 nach Dresden. Von dort aus wurde er dem dritten Lehrgang der Hilfsführerausbildung, den sogenannten Reinhard-Lehrgängen, zugeteilt. Am 1. Oktober 1932 wurde er zum Hauptmann befördert. An diesem Tag wurde er in das Reichswehrministerium nach Berlin versetzt. Um 3 Uhr nachmittags im Oktober 1935, mit der Erweiterung der Reichswehr zum deutschen Heer, wurde er zum Batteriekommandeur des 19. Artillerieregiments ernannt. Für das er am 1. März 1936 und am 6. Oktober 1936 zum Major befördert wurde, war erster Generalstabsoffizier, IA, wurde zum Hauptquartier der 35. Infanterie-Division in Karlsruhe versetzt. Am 15. Februar 1939 wurde er zum Stab des Oberrheinkommandos und am 1. März 1939 zum Stab der Grenztruppen Oberrhein kommandiert. Am 1. April 1939 erfolgte seine Beförderung zum Oberstleutnant IG. Am 16. September erfolgte seine Beförderung zum Generalkommando XXV, wurde zum Militär ernannt. Am 10. November 1940 wurde er dem 1. Heereskommando zugeteilt. Infolgedessen wurde er am 1. April 1941 zum Oberst IG befördert. Er hatte bereits beide Sockel mit eisernen Kreuzen. Am 1. Oktober 1941 wurde er abgelöst und zum XXV-Stabschef ernannt. Wurde zum Militär ernannt. Am 20. April 1943 wurde er entlassen und in die Führerreserve versetzt. Hier wurde er dem Lehrgang der Regimentskommandanten zugeteilt. Am 10. Juli 1943 wurde er als Ersatz der Heeresgruppe Süd zugeteilt. Geführt vom Regimentskommandeur. Am 15. Juli 1943 wurde er zum Kommandeur des Grenadierregiments 687 ernannt. Am 15. Januar 1944 gab er das Kommando ab und wurde zum stellvertretenden Divisionskommandeur der Heeresgruppe Süd, Kommandoreserve, ernannt. Am 16. Januar 1944 wurde ihm für sein früheres Wirken das Deutsche Kreuz in Gold verliehen. Am 10. Februar 1944 wurde er zum stellvertretenden Kommandeur der 111. Infanteriedivision ernannt. Am 1. April 1944 wurde er zum Generalmajor befördert. Am 22. April 1944 wurde er zum Reservekommandeur des OKH versetzt. Am 1. Tag am 1. Juni 1944 wurde er vom V-Armee-Korps zum Generalmajor und stellvertretenden Kommandeur von Stuttgart ernannt. Am Ende des Krieges wurde Kurt Adam inhaftiert. Erst am 30. Juni 1947 wurde er daraus entlassen. Am 1. Tag 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 am